Ein paar Tage vor Weihnachten passiert es. Das Restaurant Sternen, die Sternenberg steht in Flammen und brennt runter. Es entsteht ein Sachschaden von gut 1,5 Millionen Franken. Gut zwei Monate nach dem Grossbrand erinnert nicht mehr viel an das Restaurant. Die Wirtin hat den tragischen Vorfall mittlerweile gut verarbeitet und will im Nachbarshaus ein neues Restaurant auftun. Es ist einfach ein riesiger Aufwand dahinter. Also auch noch alles einkaufen. Ich habe keine Pfanne, ich habe nichts mehr. Und das täuscht halt wahnsinnig, was man in 20 Jahren angeschafft hat und was in so wenigen Stunden alles verschwunden ist. Das neue Restaurant ist nur ein Provisorium, bis abbrannte Gebäude wieder aufgebaut ist. Bis zu der Öffnung im April muss im Haus noch viel gemacht werden. Der Saal ist bis jetzt für grössere Feste gebraucht worden. Jetzt soll daraus ein Restaurant werden. Wir isolieren es sicher, dass die Leute auch schön warm haben. Dann werden wir das Ganze in einen Restaurantcharakter umformen. Jetzt ist es ja eigentlich nur ein Saal und es wäre natürlich recht ungemütlich. Und wir wollen, dass es eine gemütliche Bauernstube gibt. Auch wenn schon mächtig umgebaut wird, definitiv ist das Provisorium noch nicht. Nur der Wirtin fehlt eine Küche und für sie bräuchte es eine Bewilligung. Der Grund, die Küche soll mit dem Holzanbau ausser ans Haus angebaut werden. Marianne Brühwiller hofft, dass die Bewilligung gleich kommt. Denn sie hätte schon Reservationen für die Ostern bekommen. Man sollte immer nach vorwärts schauen und nie zurück. Das ist einfach das Wichtigste. Und wenn man etwas Positives im Sinn hat, wie ein Aufbau oder eine neue Planung, dann kann es einem auch noch besser gehen. Wie Zürich berichtet, sei auch die Gemeinde an einer schnellen Lösung interessiert und werde in Marianne Brühwiller keinen Steinweg legen. Es darf also davon ausgegangen werden. Ab April hat Sternenberg wieder ein Restaurant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.